Ich hatte das irgendein Bedürfnis, dass man sich gegenseitig das zeigt und sagt und dann endgültig sozusagen, so endgültig zusammengehört oder verschmilzt. Oder dass man sich alles gesagt hat und dass man dann sozusagen seinen Frieden findet. Dann wäre das aus der Welt geschafft oder sowas ähnliches. Ich würde das am liebsten so lange machen und tun, bis es aus der Welt ist oder erschöpft ist oder bis alles weggeflossen ist oder bis Frieden einkehrt. Und dann habe ich so ein riesiges Bedürfnis, dass alles gut ist und dass alles wieder gut wird. Und dass alles aus der Welt geschafft ist, was nicht sein sollte. Was nicht sein darf. All der Schmerz. All die Trauer. Dass wieder alles schön ist und dass dieser ganze Schmerz. Und diese ganze Verzweiflung. Und diese ganze Verzweiflung. Und diese unendliche und unlösbare Verzweiflung. Und diese unendliche Verzweiflung. Alles, was irgendwie weh tut und traurig ist, das ist ja so unendlich. Aber in dem Moment würden wir uns in den Armen legen und dann wäre wieder alles gut. Dass alles gut ist und alles ist vergessen. Und die Verzweiflung ist weg. Ist vorbei.